Ja, Verstärkung des Blades. Nächste Horde ist die nächste Miene. Unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice. Die Jungs sind raus, Sprit. Danke. Das ist gut. Mehr Gegner pushen hier. Da ist die nächste Miene. Erdling Gun. Minigun 2 nehmen wir. So, also Johannes, du siehst schon, wir müssen hier immer wieder Minen aufstellen. Das ist unsere Aufgabe in dem Game. 9 von 25 haben wir. Und die Wellen werden immer härter. Und das ist das Spielprinzip, kennst du ja. Okay, wir sind an der äußeren Seite. Aua. Pushen wir nochmal ein paar Gegner. Wow, das sind jetzt aber viele. Der Däscher. Fies, ne du? Oh, das weckt schneller zu. Das ist echt mies. Okay, die dürfen uns jetzt nicht einkesseln. Okay. Die dürfen uns jetzt nicht einkesseln. Was ist denn das nix für ein Pfeil? Aua. Oh, da ist eine rote Miene. Freigelegt. Au, au, au. Ja. Ja, freigelegt und getötet. 19 Uhr. Machen wir noch einen Restart. Fieses Game. Das macht Spaß. Das wäre einfach zu viel. Nehmen wir die. Kommt mal mit. Wir gehen hier rüber. 30% Damage. Vertex Blade nehmen wir dazu. Ich werde jetzt erstmal übermäßig viele Waffen pushen. Ich glaube, die Mischung macht es halt, ne? Und weiter. Aua. Oh, wir nehmen uns das andere Blade noch mit. Und zieht es jetzt nach oben. Ey, was hat mich getroffen? Oh, 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 oh. Jetzt verstärken wir das erste Mal diese Malz. Besonders, mein Gott. Biss ich meilen. Ich glaube, es hat. So, Damage weniger, weniger Explosionschance. Aua. War jetzt nicht so geil, aber egal. Oh, der kommt. Kann man alle Gegner Cluster hier mitnehmen. Oh, der Sprit. So schön, um ihn weggehen zu lassen. Der erste Orde werden wir so wegnatzen. 15 Meter nehmen wir mit. Mit Sprit. Ein Aua. Ihr Säcke. Okay, es wird jetzt ein bisschen knapp. Crit Chance. Ja, oh, Sprit, man. Sprit, 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 Sprit. So ein bisschen näher ran. Diese Explosionsflücher sind so mies, ne? Okay, genug. Oh, wir haben die Mine nicht ganz frei gelegt. Jetzt aber. Immer noch nicht. Kommt alle mit. Kommt. Okay, wir nehmen Gatling an. Okay, wir nehmen Gatling an. Das ist kein Spiel für den Stream, ne? Aua, au, 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 au. Raus hier. Nehmen wir die Waffe mit. Oh, gib mir doch mal Schaden. Wir brauchen Arsenal. Das ist meist immer der Mitschritt dabei. Oh, nächste Horde. Das neue Gegner aufdecken. Autsch. Geht mir Sprit. Oh, Mann. Das war knapp. Und weiter. Oh, wir sind jetzt richtig flott, ne? Und 10% Movement Speed ist schon echt nice. Mehr. Habe ich vergessen. Au. Explosion hat mich erwischt. Oh, oh, Dasher. Endlich mehr Damage. Explosionsfecher. Piers, das hat mir gerade ein bisschen weh. Was mich da erwischt hat. Wow. Musst du auf jeden Fall gleich die Raketen pushen. Uh, nein. Ich muss raus hier. Jetzt haben wir die rote. Okay, Boss ist da. Okay, die Rakete kommt mir noch nicht dran. Shit. Shit. Jetzt aber. Mehr Damage. Oh, dringend Sprit. Kann mich gar nicht konzentrieren auf die nächste Miene, ne? Oh, oh. Das war's. Wuhh. Okay, ich hab's gerade verpeilt, neue Gegner zu holen. Au. Ach, schade, ist nicht gefallen. Boah, Sarmenien, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's hier? Ja. Wie geschehe, ist doch umgerechnet mit 80% Schaden. Okay. Hab ich nicht gesehen. Oster, es war gerade da. Ich weiß es nicht. Warte, jetzt. Barmenblade nehmen wir auch mit. Oh, das hört sich sehr gut an. Wow. Nur einen Stein haben, sehr gut. Schaden ist. Wie stand da. Vielen Dank.